Hallo YouTube und herzlich willkommen zum folgenden YouTube-Tipp. Ha, schön. Und zwar geht es um folgendes. Ihr habt sicherlich schon mal auf ein Video geklickt und dann kam da, hm, es ist in deinem Land nicht verfügbar. Wie könnt ihr das Ganze umgehen? Mit sogenannten Proxy-Servern. Die gaukeln quasi vor, dass ihr, ja, dass ihr in einem anderen Land seid und, keine Ahnung, dann kann man darüber anonym surfen und sowas. Hat man alles schon mal irgendwann gemacht. Aber das Schöne ist, mit diesem Proxy-Server hier, ich gehe jetzt mal auf youtubeproxy.org, hier oben seht ihr das, habt ihr die Möglichkeit, Videos anzuschauen, die genau diese Meldung haben. So, wenn diese Meldung also kommt, geht ihr auf diese Seite, gebt den Link hier ein und habt dann hier die Möglichkeit, das Video euch anzugucken. Das halte ich für sehr, sehr sinnig. Und, äh, ihr seht schon, das Ganze wird sehr, sehr langsam, dadurch, dass das halt über diesen Server läuft. Ich habe jetzt hier, äh, diesen youtubeproxy.org gefunden, der macht euch dann eine neue URL hier oben rein und ihr könnt das Video euch anschauen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht genau, eben kam mal eine Meldung, dass es kostenpflichtig wird irgendwann, aber wenn du die IP dann wechselst, dann müsste das auch wieder gehen. Und, naja, ihr wisst genau, wie das funktioniert. Kleiner Tipp von mir an euch. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, macht ein Abo. Und, äh, wenn nicht, könnt ihr auch ein Abo machen. Ist mir egal. Äh, haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss.